Hey Guys, heute hatten wir eigentlich einen Slow Morning. Ich tu euch mal hier hin. Auf jeden Fall hatten wir heute einen Slow Morning. Ich hab mich gerade fertig gemacht. Mein Make-up hat sowas von dicke Faxen gemacht. Katastrophal, aber egal. Wir gehen jetzt trotzdem einfach raus. So, heute mit Brille. Auch cute as given. Schlauer Burger. Oder Streber. Anyway, ja. Wir gehen jetzt zu Le Soufflé. Das sind so japanische Pancakes. Ich hab die auf TikTok gesehen und wollte die unbedingt mal ausprobieren. Deswegen, wir sehen uns gleich dort. Ich muss mal hier den Laden rein. Oh, warte. Warte. Aber bitte einfach rechts durchlaufen. Das ist richtig klippig, ne? Mhm. Aber es ist eigentlich Sahne, ne? Pank? Es ist eigentlich Sahne. Ja, it tastes like that. Es ist keine Pancakes. Es ist Sahne, so Soufflé. Es ist Pancake, aber es gibt nur Sahne rein. Es ist nicht wirklich warm. Oder hot. Aber ein bisschen. Oder so gut? Bei mir schon ein bisschen. Wenn es richtig so heiß ist. Und dann schmeckt es noch mehr. War interessant. War was anderes auf jeden Fall. Eigentlich richte man Lachnerkette, aber die haben das nicht. Frau Amanda, die haben gesagt, dass es fast gleich ist. Lachnerkette hat noch mehr Milch. Und dann auch Expresso und sowas. Es schmeckt gar nicht gut. Es schmeckt gar nicht gut. Oder fährst du das Café? Ja. Niemals. Für mich ist es just for enjoyment. Und ich war so voll aufgeschützt. Thank God. Meine Woche krank, aber ich habe gesagt auch, ich bin nur einmal hier. Ja, das kann man einmal im Leben. Es ist egal, ob wie es mir geht. Ich mache das. Vor allem, das ist so. Ich habe den Corona-Test. Ich habe den Corona-Test. Hier auch selber eigentlich. Und der Test war halt auch negativ. Das ist natürlich so dieses Innovative. They are not really innovative. I don't regret coming to Hamburg, to be honest. You don't regret? No. 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 How are you regretting? No, gar no. Manche, woher, das stimmt, das stimmt. Ja, Peter. Peter, Peter, schon für die. Viele sind Katalyst, ne? Ne, gut. Wiederher bezauert, oder? Danke, ich habe mich auch hier, wenn du nicht sagen. Danke, meine Appel. Always the only one. No? Wie normaler Cheeseburger schmeckt das? Ja, aber der Bann ist halt so abgelöst. Wie normaler Cheeseburger schmeckt das? Ja, aber der Bann ist halt so abgelöst. Das macht nichts anderes. Die Fries schmecken aber sehr gut. Es schmeckt auch sehr gut. Das ist gut. Eineter Interview, ne? Meine Mäste Eider. Ich muss noch mal um die Topf. Und dann war er noch mehr. Der Rest. Die Opa sieht man so schön mit der Opa. Und es war richtig echt. Oh, das war ja schon hier. Das ist Anna. Der ist auch richtig. Meine Mutter nicht. Danke für die Liebe. Guten Morgen, beautiful Leute. Also heute ist Sonntag und wir fahren jetzt gleich zurück. Wir sind jetzt noch kurz bei Trassohaus aus Frühstücken. Und dann steigen wir auch gleich gleich in den Zoom an. Das ist ja kaffee, ne? Du nimm. Ich habe schon mehr so gedacht, aber... Das Latte ist immer kaffee. Das Latte ist immer kaffee. Ja, ich rieb einfach lemon cake. Das ist einfach lemon cake. Das ist einfach lemon. Das ist einfach lemon. Das ist einfach lecker. Ja. Das ist einfach lecker. Das ist einfach lecker. Ich habe auf jeden Fall Essen gewöhnt. Die machen wir auf jeden Fall beim Dockwägen. Das haben wir frühti, okay? Wir müssen miteinander schon mal nackt haben. Na? Ich habe mein Teil auch nicht bezahlt. Es war auch leid. Es war auch leid. Es war auch leid. Du hast auch leid. Ja. Ich finde es vielleicht alloin gekriegt werden, deswegen immer wenn ich meinen Sohn bekomme. Direkt. Direkt nach Monheim. Immer die erste Woche. Du musst überweisen. Das ist einfacher. Ja. Du hast mir noch Geld für jemanden. Du hast? Alle. Der liegt auch aus der Bank. Aber Leid, die wir uns kann auch Kalt so wie du kannst. Ja, ja.